Leute, heute sind wir wieder zurück in einer fresh neuen Folge Minecraft-Freunde. Und zwar heute habe ich richtig Bock, optische Täuschungen in Minecraft-Freunde zu bauen und damit meine Freunde ein bisschen zu trollen, Leute. Ich habe dafür ein paar optische Täuschungen rausgesucht und die werden wir heute machen. Dafür habe ich auch einiges hier vorbereitet in meinem Inventar. Lasst ein Like da und ein Abo und let's go! Zuerst brauchen wir so eine Art Schachbrettmuster. Und das müssen wir hier so in abwechselnder Reihenfolge, müssen wir das hier so platzieren. Zack, zack, zack. Halt einfach ganz normal wie ein Schachbrett. Au, äh, das ist jetzt ein bisschen falsch. Boom, 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 boom. Und dann hier natürlich auch. Och nee, oder? Habe ich was verkackt? Oh nee, die Mitte ist ein bisschen schief. Ich bin mir nicht sicher, ich muss das auch selber so ein bisschen ausprobieren, ob das dann so funktioniert. Als erstes versuche ich hier erstmal die ganzen Sachen hier zu festem Beton zu machen, meine lieben Freunde. So, da müssen wir hier erstmal alles voller Wasser fluten. Äh, und ich glaube, so sollte das ungefähr richtig sein. Und optische Täuschungen funktionieren ja einfach nur, dass man sich irgendwie bestimmt hinstellt. Also ich versuche jetzt hier einfach mal meine Werkbank zu platzieren. Und dann platziere ich hier so weiter oben eine andere Werkbank. Und dann versuchen wir uns mal so zu platzieren, dass die Werkbank ungefähr genau gleich ist. Oh, oh. Ich glaube, wir müssen uns hier irgendwie hochbauen. Wir müssen uns ja am besten irgendwie mit dem hier hochbauen. Ah, wir müssen noch einen Ticken zurück. Bumm. Okay, und dann müssen wir hier genau stehen bleiben. Oh mein Gott, ich sehe die optische Täuschung, Leute. Seht ihr das? Moment, wir müssen, glaube ich, noch einen Ticken zurück. Hä? Es sieht so aus, als hätten wir hier eine riesen Werkbank. Seht ihr das, Leute? Die sieht viel größer aus als die kleine hier unten. Oha, oha, oha. Yo, ich hätte nie gedacht, dass das erste so gut klappt. Holy moly. Seht ihr das? Optische Täuschung einfach. Ich bin ein Genie. Okay, das lassen wir auf jeden Fall stehen für meine Freunde. Wisst ihr, was aber auch funktionieren könnte? Wenn wir uns einfach in so eine Kiste hier morphen. Und dann machen wir uns einfach mal viel größer. Ja, auch irgendwie so eine Art optische Täuschung. Jetzt werden die eine Kiste viel größer als die. Okay, das ist eine Werkbank. Ja, das ist auf jeden Fall eine gefakte optische Täuschung, Leute. Oha, jetzt sind wir aber komplett in der optischen Täuschung drin. Was ist mit mir los? Wie groß bin ich? Äh, Moment, ich muss mich ein bisschen kleiner machen. So, das hier legen wir einfach mal weg. Und optische Täuschung Nummer 1 bekommt von mir eine 9 von 10. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu unserem Zuhause und holen da mal ein bisschen bunten Beton. Denn wir können noch eine weitere optische Täuschung machen. Und wie die geht, das zeige ich euch jetzt. Was brauchen wir an Materialien, meine lieben Freunde? Wir brauchen Beton. Und wir nehmen hier einfach irgendeinen, einfach so einen grünen, das passt. Dann gehen wir zurück zu unserer optischen Täuschung. Leider habe ich die so wahnsinnig weit weg gebaut. Boah, ich bin immer noch voll fasziniert von der optischen Täuschung, muss ich wirklich sagen. Sieht halt aus wie eine Riesenwerkbank. Und dann machen wir hier die nächste optische Täuschung, einfach über dem Wasser, einfach weil wir es krünen. So, und dafür müssen wir uns mal hier so ein bisschen nach hier bauen. Den Rest bauen wir erstmal kurz ab. Und dann müssen wir als erstes so eine Art L bauen. Und in der Theorie, ich glaube, das muss noch ein bisschen länger, müssen wir uns hier einfach nur hoch bauen. Oh Gott, ich checke. Oh Gott, ich checke. Moment. Wir müssen den perfekten Winkel treffen. Ja, wir können auch ein bisschen weiter weg. So, jetzt müssen wir hier den perfekten Winkel hitten. Ah, ich glaube, das kann noch ein Stückchen höher. Ah, weil da so ein Schatten geworfen wird wegen dem Shader. Sieht das so ein bisschen blöd aus. Aber checkt ihr, was ich meine? Ich glaube, ich mache mal den Shader kurz aus. Okay, mit Shader aus sieht das jetzt so aus, aber der Winkel ist noch nicht perfekt. So, so ist der Winkel gut. Oh mein Gott, es sieht einfach aus. Also, erstens, wie sieht die Minecraft-Freundewelt ohne Shader aus? Aber zweitens, wir haben jetzt hier, ich glaube, wenn wir sogar noch weiter weg gehen, ist es sogar noch krasser. Hier haben wir so ein Infinite-Dreieck. Oha. Ja, es sieht auf jeden Fall wild aus. Also, wenn man checkt, dass es eigentlich so aussieht, dann ist es schon ganz billig. Aber wenn man das so sieht, so von der Sicht, könnte es so ein komisches Dreieck sein. Das war optische Täuschung Nummer zwei, meine lieben Freunde. Finde ich jetzt auch nicht so bad. Ich hätte gesagt, ich gebe den ganzen, ja, eine sieben von zehn. Ja, eine sieben von zehn. Man muss leider Shader ausmachen, damit es funktioniert. Ah, Leute, da sind wir wieder zurück mit unserem wunderschönen Shader. Und jetzt machen wir optische Täuschung Nummer drei. Und zwar brauchen wir hierfür wieder weißen und schwarzen Konkrete. Und dann müssen wir zuerst einen Fuß machen, lassen hier einen Platz und machen hier den nächsten Fuß. Und, nee, ich glaube, wir müssen noch eins zurück. Hä? Der Kollege steht schief. Was mache ich falsch? Aua. Oha. Okay, so muss das aussehen. Dann brauchen wir jetzt weißen Beton. Bam. Bam. Stellen unseren Fuß hier drauf und dann bauen wir hier einfach fröhlich ab. Zack. Moment, 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 Leute. Weil ich glaube, wir brauchen für optische Täuschung Nummer drei, müssen wir den wieder über dem Wasser platzieren. Ansonsten funktioniert das nicht. Dann geht das nach unten hinten los, das Ganze. Hm, wir müssen ihn so ein bisschen in der Luft halt quasi platzieren. Okay, hier in der Mitte müssen wir einen freilassen. Und dann müssen wir theoretisch hier das platzieren, das Füßchen. Nee, den Konkrete aufsammeln, bevor der Katzenfisch. Der Kollege hier mein Konkrete frisst. Okay, haut das mit den Füßen ungefähr so hin? Haut hin, perfekt. Okay, Leute, dann ist jetzt... Ah, okay, dann müssen wir das ungefähr so machen. Und hier uns jetzt einfach hochbauen. Dann kommt hier jetzt der Mund hin. Und diese Figur wird so beschrieben, dass sie einerseits lächeln und traurig gucken kann zugleich. Okay, die hier müssen wir abreißen für die Augen. Die kommen nämlich hier hin. Und die Hände kommen, äh, hier hin. Aber wir müssen dafür nochmal einen schwarzen Beton abbauen. Dann müssen wir hier oben drauf wieder was platzieren. Ah, und dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen breiter machen. So, okay. So hat er gar keine Emotions. So ganz, ganz, ganz lost. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen nach unten. Er ist glücklich. Seht ihr das? Und jetzt gehen wir nach oben. Und er ist sad. Hier, nochmal. Mega happy. Traurig. Mega happy, wenn ihr mich abonniert. Traurig, wenn ihr mich deabonniert. Oder gar nicht erst abonniert, ihr Schlingel. Oha, woher kommt der denn, Leute? Oh, ich will nicht sterben. Okay, jetzt kommt nämlich einer der ältesten Minecraft-Tricks. Aber ich finde ihn auch gleichzeitig einen der coolsten. Wir müssen als erstes hier so eine kleine Höhle so ein bisschen uns freischaufeln. Am besten eine Höhle nur mit Cleanstone. So ungefähr wie hier. Und wenn wir jetzt hier eine Werkbank platzieren, hier eine Werkbank platzieren und hier eine Werkbank platzieren, sieht es aus wie so eine coole 3D-Werkbank, Leute. Das kann man auch mit anderen Blöcken machen, eigentlich mit jedem Block. Hier zum Beispiel haben wir noch einen Ofen. Boom, boom, äh, boom. Dann haben wir hier so einen, ja, 3D-Block einfach. So, hier können wir noch eine Fackel zwischen machen. Und dann ist das hier die nächste optische Täuschung. Und die finde ich auch sehr geil. Die geht sogar so schnell. Oh, da fällt mir ein. Ich habe die letzte gar nicht bewertet. Oh, die optische Täuschung. Ja, ich finde sie ganz niedlich hier mit dem Lachen und dem traurigen Smiley, aber irgendwie haut es mich jetzt auch nicht um. Deshalb würde ich einfach sagen, es ist eine 4 von 10, vielleicht sogar 3 von 10. Und das hier finde ich hier irgendwie schon cooler. Das sieht schon cooler aus, Leute. Da hätte ich jetzt gesagt, das kriegt schon eine 6 von 10, weil das so einfach geht. Man checkt es zwar sehr schnell, aber ich finde es cool. Kommen wir zur nächsten optischen Täuschung, Leute. Die funktioniert so ähnlich wie die andere. Und zwar müssen wir jetzt folgendes Muster einfach bauen. Einmal hier hoch und dann so zur Seite. Okay, ich glaube, ich mache das Ganze noch ein Stück höher. Dann sieht das cooler aus. Und hier auch nochmal. Oh, wow, wow. Ich check, ich check. Ich glaube, ich mache den Shader aus. Shader ist aus und boom. Wir machen das Licht hier aus in der Fackel. Jetzt sieht es richtig real aus. Seht ihr das? Einfach infinite. Okay. Ja, es geht halt sehr crazy in die Richtung wie das andere. Mal, wir müssen versuchen, dass der Strich so gleichmäßig wie möglich ist. Und das wie hier so. Ja, ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Müssen wir das noch ein höher bauen vielleicht? Damit es besser connectet. Noch ein bisschen nach hinten, maybe. Ein bisschen nach vorne. Aber ich glaube, als erstes habe ich am besten hinbekommen am Anfang. Naja, aber man checkt schon. Aber ist jetzt nicht so krass. Ich muss unbedingt mal pennen gehen, Leute. Weil dieser Regen, der tut mir nicht gut. So sieht also Minecraft-Freunde aus. Ohne Shader. Eieiei. Also das hier, das geht fit, hätte ich gesagt. Hier hinten. Ja, die Kuhfarm ist okay. Das hier. Oh, nee. Das sieht richtig kacke aus. Das Glas, was nicht connected ist. Aber wir müssen unbedingt mal pennen gehen. Naja, aber so können wir hier mal die Minecraft-Freunde-Welt sehen. Ohne Shader. Uah, voll ungewohnt. Für die nächste optische Täuschung brauchen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Beton, Leute. Wir nehmen einfach mal gelben Beton. Wieso nicht? Aber den müssen wir auf jeden Fall nochmal zu richtigen Beton machen. Kann ich hier einfach... Ja, ich kann hier theoretisch auch das machen. Nee, das funktioniert mit der anderen Methode besser. Das ist die Easy-Methode. Die hat mir Easy beigebracht. Was steht hier? Bitte nicht vor Sonntag... Oh. Rauschneiden. So, zack. Und da bauen wir hier mal ein bisschen gelben Beton ab. Zack, dann haben wir unsere ganzen Utensilien. Und dann können wir hier wieder wegfliegen und die nächste optische Täuschung einfach mal bauen. Und warum machen wir die nicht einfach direkt hier? So, zack. Die funktioniert jetzt ein bisschen anders als die anderen. Ich habe... Es gibt auch kein Tutorial dafür, wie man das baut. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert, aber egal. Wir probieren es mal aus. Also, wir müssen auf jeden Fall so ein Viereck hier bauen. Und das soll dann auch so vier Löcher haben. So, hier müssen wir dann so einen Mittelstrich reinmachen. Und hier muss es dann quasi weitergehen. So, müssen wir das hier verbinden. Aber hier platzieren wir hier unten Beton. So, und jetzt mal gucken, ob das hier funktioniert. Ähm... Ähm... Also, das sieht jetzt nicht so aus, als würde das funktionieren. Nee. Nee, das ist nix. Wenn ich woanders stehe, vielleicht... Nee. Wenn ich rückwärts stehe, maybe? Nee. Nee, das ist es nicht. Nee, das haben wir verkackt. Das ist ne 0 von 10, Leute. Das ist ne super 0 von 10. Uh, hier ist Sand. Das ist sehr, sehr praktisch. Weil das brauchen wir sogar für unseren nächsten... Weil Sand brauchen wir für unsere nächste optische Täuschung, Leute. Das ist nämlich wieder richtig, richtig cool. Wir brauchen leider, glaube ich, auch ein paar Baumaterialien. Aber erst mal arbeiten wir so ein bisschen mit Sand. Wir brauchen auch jetzt nicht so krass viel. Okay, wir fangen hier schon mal an zu bauen. Und zwar brauchen wir einfach nur ne relativ hohe Wand, die halt einfach aus Sand besteht. Warum, zeige ich euch gleich. Zack, wir müssen hier immer schön einmal hoch. Diesen Baum müssen wir auf jeden Fall abbauen. Der stört nämlich. Kuckuschnuss. Kommt alles weg hier. Und der Baum muss leider auch weg. Wer hat da diesen Baum stehen lassen? Welcher, welcher Mensch? Alrighty, right. So, dann bauen wir hier jetzt einfach fröhlich weiter Sand ab. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ich weiß nicht so genau, ob das schon reicht. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen warten, bis die Sonne weg ist. Aber vielleicht haben ein paar Leute schon gecheckt, was ich vorhabe. So, jetzt platzieren wir hier einfach oben drüber nochmal diese Schicht Sand. Und dann machen wir hier auch nochmal so ein bisschen Sand hin. Okay, dann müssen wir einmal ganz kurz zurück zu unserem Haus, weil uns fehlen ein bisschen Baumaterialien, so wie Holz oder sowas. Wir können auch einfach ein bisschen Holz abbauen. Das geht dann, glaube ich, schon ein bisschen schneller. Also dieses Eternal Steak, das ist echt so cool. Also vielen lieben Dank an den, der in die Kommentare geschrieben hat, ich soll das mal in den Ofen tun und dann wird da ein richtiges Steak draus. Du bist dein absoluter Ehrenmann. Ich brauche mich nie wieder um Essen zu kümmern. Das ist so ein geiles Item. Okay, Leute, ich versuche es jetzt also... Ähm... Ja, ich versuche ungefähr hier anzusetzen. Bum, bum. Bum, bum. Und dann... Zack. Versuche ich die... Ei, das ist ja ein bisschen zu tief. Stell ich gerade fest. Hoppla. Versuche ich, das Ganze zu verbinden. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Es ist gescheitert. Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Schiffswrack. Och nee. Leute, ich wollte hier ein Haus bauen und dann so nach oben gucken und dann sieht es aus wie ein richtiges Haus. Aber es sieht aus wie ein Unfall. Boah. Das ist eine Minus 10 von 10. Das ist richtig schlecht. Oh Gott. Das ist, glaube ich, das Hässlichste, was ich jemals in meinem Leben gebaut habe. Das sieht ja so aus, als hätte das Ben gebaut. Och nee. Boah, das reißen wir lieber ab. Das soll keiner sehen. Das ist ein Schandfleck hier. Das hat es hier nie gegeben, Leute. Oh Gott, das sieht so scheiße aus. Also, wir halten fest. Man braucht auf jeden Fall sehr viel Platz. Nee, ich reiß das hier alles ab. Das sieht so schrecklich aus. Es sollte einfach ein Haus werden, dann ist es ein Unfall geworden. Ich glaube, das muss man auch so 100 Blöcke weiter weg platzieren, damit das überhaupt nach irgendwas aussieht. Nee, 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 nee. Das machen wir hier weg. Okay. Wir machen es ganz einfach. So, Leute, das sieht doch jetzt hier fast aus wie ein Haus. Oh mein Gott. Nee, es ist immer noch schlecht, aber es ist fast besser als das andere Haus, was wir da gebaut haben. Ja, ein bisschen kann man die optische Täuschung checken, aber sie ist schon sehr schlecht. Also, das ist eine Minus 10 von 10. Das kann ich nicht schöner reden. Das sieht einfach kacke aus. Okay, Leute. Ich habe jetzt Easy angeschrieben. Und zwar wollte ich gerne, dass Easy mal die geile optische Täuschung hier mal sehen kann, weil ich bin schon stolz auf die. Die finde ich schon cool. Funktioniert das hier auch ohne Shader? Nee, warte, wir müssen, glaube ich, näher ran. Dann müssen wir hier so. Not bad, not bad. Diese Ecken hier, die sind noch ein bisschen blöd, aber ansonsten nicht schlecht. Hallo, Lina. Easy. Ich habe aber ein Problem. Mein Toast ist gerade fertig. Ich bin in einer Minute bei dir. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Test, test, test. Gib mein Mikrofon. Ja, funktioniert. Super. Wunderbar. Alles klar. Hallo. Hallo, Easy. Ich habe hier verschiedene optische Illusionen gemacht und ich habe einen ganz klaren Favoriten. Und ich möchte ihn dir vorstellen. Yippie. Ja. Das machen wir. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich hier hinzustellen, wo ich stehe und dann zu sneaken. Und eventuell funktioniert es. Und dann geht der Atombebruch. Nein, 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 nein. Also. Was? Siehst du es? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist eine riesen Werkbank. Ja. No way. Oh mein Gott. Hä, wie geil ist das denn, Lina? Ja. Oh mein Gott. Mein 3D-Sicht ist kaputt. Die ist broken. Aber. Hä, wie geil. Hä, mega. Mega. Ist ja richtig cool. Oh ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das wäre die dahinter. Ja, das freut mich voll, dass das funktioniert hat. Das ist der Gewinner der optischen Illusion. Das ist die beste optische Illusion in Minecraft. Wow. Das war es auch eigentlich schon. Okay, cool. Danke. Tschüss. Ja, danke. Lass ein Like da und tschüss, Isi. Lass ein Abo da. Ja, und abonniert Isi und ja. Danke, danke. Abonniert, 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 abonniert. Abonniert, abonniert. Ja, und lass dir deinen Toast schmecken. Wollte Lina sagen. Danke, ciao. Tschüss. 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 Faxen am Start und alle gehen an. Es geht ab, ab, ab. Ja, die Faxen am Start und alle gehen an. Also jump, jump, jump. Faxen am Start und alle gehen an. Es geht ab, ab.